Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra Rose Fröhlich, heute mit dem Thema für die Eiweißflüssig- und Breikostphase beim Magen-OP. Es gibt Kliniken, die Adipositas-Kliniken, die für die Magen-OPs zuständig sind, die tatsächlich auch Eiweißphasen vor als auch nach OP machen. Man muss immer so ein bisschen gucken, ob die Klinik es macht oder nicht. Wenn sie es macht oder wenn ihr es für euch umsetzen wollt, hilft es immer, weil wir den Körperfettanteil, also das Gewicht als auch den Körperfettanteil an sich schon reduzieren können und man natürlich etwas besser in die OP geht, Narkoserisiko und so, reduziert sich ja auch immer in dem Moment, wo ich schon so ein bisschen Gewichtsreduktion habe. Und eine Eiweißphase nach OP hat immer den Vorteil, dass ich etwas schneller eventuell auch an Gewicht verlieren kann. Es ist natürlich immer nicht das Gewicht auf der Waage, sondern es gibt auch Patienten, bei denen das etwas langsamer läuft und dann der Körperfettanteil ist. Deswegen muss man das immer individualisieren. Aber für alle die, wo die Kliniken diese Flüssig-Eiweißphase bzw. Breikostphase machen, erkläre ich die jetzt. Fangen wir vor OP an, wenn euer OP-Termin für die Adipositas-Magen-OP feststeht, habt ihr ja Chirurgentermin bekommen, die ganzen Antragsunterlagen hier abgegeben und jetzt steht der Termin fest. An der Stelle ist es so, dass man von dem Tag an vorher 14 Tage, manche kriegen auch die Empfehlung drei Wochen, eine Eiweißphase machen kann. Die klassische Eiweißphase von vielen Kliniken besteht daraus, dass man Eiweißpulver nimmt. Das heißt, diese Eiweißshakes, die wir überall kaufen können, die Eiweißshakes sollten immer zwischen 80 und 100 Prozent Eiweiß enthalten, weil sie dann pro Löffel auch 8 bis 10 Gramm Eiweiß haben, was auch wichtig ist für die Zeit nach OP. Das heißt, wenn ihr ein Eiweißpulver habt, was nur 50 oder 30 Prozent Eiweiß enthält, dann bezahlt ihr mehr für Ballaststoffe, als dass ihr für den wichtigen Eiweißanteil da drin das Shakepulver habt. Von daher schaut immer drauf, wenn ihr was kauft, egal wo ihr es kauft, Eiweißpulver, dass da möglich 80 bis 100 Prozent Eiweißpulver a 100 Gramm drin ist. Das kann man in den Nährwerten, wenn man auf den Homepages der Firmen guckt, überall nachlesen. Da gibt es irgendwo immer das Präparat und dann gibt es immer die Zutatenliste oder die Nährstoffliste und da könnt ihr das sehen. Das heißt, bevor ihr das bestellt, schaut da einmal nach, ob es wirklich so ist. Nur weil es vorne auf der Verpackung draufsteht, muss es nicht unbedingt auch wirklich so sein. Daher bitte auch immer in die Nährstoffangaben schauen. Wenn ihr ein Produkt in der Hand haltet, wenn ihr im Supermarkt seid und seht dort Eiweißpulver, dann könnt ihr das Präparat umdrehen und guckt euch die Verpackung an und dann könnt ihr genau sehen, wie viel Eiweißpulver drin ist. Wenn man jetzt das Eiweißpulver hat, kann man das mit Milch oder Wasser mixen. Man würde nicht so viel Säfte in der Regel nehmen, weil ja die Säfte immer Zucker enthalten und dadurch den Blutzuckeranstieg fördern und dann auch den Insulinanstieg. Und je mehr Insulin, je mehr Zucker da ist, je mehr Insulin und desto schneller kann Körperfett aufgebaut werden. Da wir ja das Körperfett abbauen wollen, ist es immer wichtig, eine Eiweißquelle zu nehmen. Also Milch zum Beispiel, Buttermilch geht auch. Der Milchzucker macht immer einen langsameren Blutzuckeranstieg in Milch und in Buttermilch oder Kefir. Von daher kann man das gut verwenden. Der Klassiker ist ja, Milch und Wasser zu nutzen mit dem Eiweißpulver. Die Geschmacksrichtung könnt ihr frei wählen und die klassische Variante wäre dann 14 Tage vor OP täglich mindestens zu den drei Hauptmahlzeiten drei Eiweißshakes. Das kann man ja 14 Tage lang machen, aber es gibt auch immer Patienten, die sagen, in Dauerschleife immer nur irgendwie süche Shakes, Vanille, Schoko, Erdbeer oder irgendwie ein Lieblingsgeschmack Cookie oder Stracciatella, das 14 Tage ist schon immer eine Herausforderung. An der Stelle gibt es die Möglichkeit, manchmal kriegt man auch von Herstellern Tomate oder Kartoffelgeschmack, aber auch das reicht nicht unbedingt immer für Abwechslung von 14 Tagen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass wir Gemüse nutzen. Das heißt, ich kann einen Shake zum Frühstück und zum Beispiel einen Shake zum Abendbrot nehmen und kann am Mittag Gemüsesuppe machen. Wenn man die Gemüsesuppe püriert, bin ich ja auch gleich in der Breiphase drin. Das heißt, vor OP kann ich natürlich auch mit den Zähnen kauen und dann kann ich eine Gemüsesuppe machen, bitte aber ohne Kartoffel, Reis, Nudeln und bitte auch kein Brot. Das heißt, die Kohlenhydrate, auch keine Kichererbsen, kein Couscous, kein Grieß, diese Kohlenhydrate sollen in dieser Eiweißphase nicht verwendet werden, weil die auch immer wieder diesen Blutzucker ansteigen lassen, Insulinanstieg und daher wieder Körperfettaufbau. Deswegen wollen wir die Kohlenhydrate in der Eiweißphase möglichst gering halten. Das Einzige, was man an Kohlenhydraten vorsichtig mit zwei Stücken Obst nutzen kann, ist, dass wir das Obst zum Beispiel bei Milchprodukten nehmen, wenn man zum Beispiel Shakes selber macht. Wenn ich also den Pulvershake habe morgens und abends, dann kann ich mittags auch eine Gemüsesuppe essen. Wenn die Gemüsesuppe auf Dauer nicht geht, kann ich auch Gemüse nehmen und mit Käse überbacken, weil das einen schönen Sättigungseffekt liefert und der Blutzuckeranstieg auch niedrig bleibt. Was auch sehr gut geht, ist Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei. Da habe ich auch die Eiweißquellen und auch hier kann ich in der Flüssig-Eiweißphase einen Speisebrei im Mund herstellen. Das heißt, wir können es gerne pürieren. Da kann man gut Hackfleisch nutzen zum Beispiel. Manche kennen ja auch Geflügelhack. Bei Ei könnte ich Rührei draus machen und dann hätte ich diese Brei-Flüssig-Struktur. Das muss ja nicht direkt flüssig sein, sondern es geht ja darum, dass ich eine Breikonsistenz habe, weil ich später nach OP kann ich das Gleiche machen, das einfach besser vertrage. Ist ja logisch mit einem operierten Magen. Vor OP ist ja noch gar nichts passiert. Das heißt, in der Regel könnt ihr ja eure Zähne nutzen und den Speisebrei herstellen. Und deshalb kann ich natürlich auch ein Brokkoli, Blumenkohl, also buntes Gemüse nutzen, gut kauen. Dann habe ich ja den Speisebrei im Mund. Oder wenn ich noch Geschmack haben will, kann ich den natürlich auch mit ein bisschen Soße machen, mit Käse überbacken. Ich kann da Hähnchenfleisch zu machen und dann habe ich ja schon mal eine gute, sozusagen Low Carb Mahlzeit, weil ich an der Stelle keine Kartoffelreisnudeln zum Beispiel zur Mahlzeit nehme. Das heißt, man würde sich dann die warme Mahlzeit, die ich natürlich auch mittags oder abends machen kann, ergänzen. Das heißt, zwei Shakes und eine feste Mahlzeit, auch eine Variante. Der Hintergrund ist hier, dass man die Kohlenhydrate weglässt. Und Käse zum Überbacken geht immer gut, weil es einfach auch schönen Geschmack bringt und das Gemüse auch nicht so langweilig werden lässt. Für die, die einfach ein bisschen mehr Sättigungseffekt liefert, der Käse ja und Geschmack. Dann ist die Möglichkeit, ein Eiweißshake zu nehmen. Es gibt auch einige Kliniken. Manchmal muss man den auch gucken, was die für sich vorstellen. Trotzdem müsst ihr als Patient ja die 14 Tage für euch so gestalten, dass ihr da relativ gut durchkommt, ohne dass ihr zu stark leidet. So sehe ich das zumindest. Man kann sich die Shakes auch selber machen. Wenn ich Joghurt, Quark mixe, könnt ihr einfach mal bei Qtube gucken. Da sind ja die Podcasts, Soundcloud, findet ihr die Rezeptbeispiele. Da habe ich das mit den Eiweißshakes auch alles nochmal erklärt und auch mit den selbstgemachten Eiweißshakes. Also Joghurt, Quark, Obst pürieren. Dann kann ich einen kleinen Schuss Öl reinmachen und dann habe ich auch den selbstgemachten Shake. Natürlich ein bisschen mit Milch eventuell angedickt oder Flüssigkeit, ein bisschen Obstsaft geht. Aber wichtig ist, dass wir hier die Eiweißquelle haben. Da ich Naturjoghurt nicht alleine mag, kann man hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen Obst nutzen. Damit ist aber kein Smoothie gemeint. Für Smoothie bedeutet ja immer nur Obst alleine kombiniert, also alleine püriert. Und da würde man ja mehrere Obststücke nehmen und häufig ist man da mit drei, vier oder fünf Stücke unterwegs und das ist definitiv zu viel. Die Tagesmenge an Obst für alle Menschen liegt in der Regel bei zwei Stücken Obst pro Tag und mindestens drei und mehr Hände voll Gemüse. Also von daher gerne Gemüsesuppe und sowas einbauen. Also ihr könnt den Shake nutzen, ihr könnt das Gemüse nutzen, ihr könnt Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei nutzen, ihr könnt das auch kombinieren. Ich kann ja auch Gemüse mit Ei als Auflauf machen und ein bisschen Hähnchenfleisch obendrauf. Ich kann eine Gemüsepfanne machen und Hähnchen reinmachen. Ich kann eine Hackpfanne machen, Gemüse reinmachen mit Tomaten, passierten Tomaten und solchen Sachen. Also da habt ihr viele Varianten, was möglich ist. Wie gesagt, Kartoffelreis, Nudeln, Brot, die Kohlenhydrate klassisch an der Stelle bitte weglassen. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, man kann auch natürlich einen Salat essen. Also Entschuldigung, der Salat ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber wenn ich in die Brei-Phase nach OP gehe, habe ich die Möglichkeit auch das Gemüse zu pürieren. Und was viele gar nicht kennen ist, ich kann den Eisbergsalat auch pürieren, ich kann das Gemüse, Gurke, Tomate und ähnliches pürieren. Es ist aber ungewöhnlich, weil frische Waren, gerade einen frischen Salat, kann ich natürlich auch gut den Speisebrei mit dem Mund herstellen. Aber wer da in die Brei-Phase möchte und was Frisches haben möchte, könnte das natürlich auch pürieren. Habe ich übrigens mal gemacht für einen Patienten, der Kieferbruch hatte und nicht in Dauerschleife diese Eiweißsuppen und so wollte, sondern der wollte immer was Frisches und da man das durch den Strohhalm ziehen musste, fand der super klasse. Aber ist halt besonders, also das schaut einfach. Wer mag, kann Tomaten-Gemüsesaft gerne mit einbauen, das ist ja auch immer möglich. Das heißt, ihr habt schon mehrere Varianten, die ihr für die 14 Tage oder 3 Wochen vor OP nutzen könnt, als eine gute Eiweißphase. Wenn ihr die Phase nach OP hat, sieht ihr eigentlich genauso aus wie die Phase vor OP. Der große Unterschied ist nur, dass man nach OP so phaserige Sachen nicht hat. Einige Kliniken geben die Empfehlung, nicht so Körner und solche Sachen. Dann würde man zum Beispiel Erdbeeren, Tomaten noch passieren, also durchs Sieb streichen, damit die Körner weg sind. Ich gehe davon aus, dass es eher was ein bisschen mit Schonkost zu tun hat. Die wirkliche Erfahrung ist, die Leute haben schon alles gegessen und es gab auch in den Magenspiegelungen nicht irgendwas. Es gab bis heute für mich, ich habe zumindest keine erlebt. Solltet ihr irgendwelche Erfahrungen mit Kernen nach OP gehabt haben, gerne mal Bescheid sagen. Dass man natürlich frisch operiert und nicht gerade ein festes Korn oder ähnliches gibt, ist glaube ich auch ziemlich klar. Aber an der Stelle würde man vielleicht mit der Tomate übertreiben, weil ich viele Empfehlungen aus den Kliniken mittlerweile deutschlandweit kenne. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kerne aus Tomate oder Krat-Cherry-Tomaten kein Problem langfristig liefern. In der Regel würde ich mindestens 14 Tage abwarten, auch für den Heilungsprozess vom Wagendarmtrakt. Das heißt, man würde auch wieder 14 Tage die Shake-Geschichten einbauen. Pürierte Gemüsesuppen, wenn ihr Cremesuppen nutt, bitte immer durchs Sieb durch. Also wenn ihr jetzt ein Fertigprodukt irgendwie kauft, dann immer einmal durchs Sieb durch, dass die festeren Bestandteile erstmal raus sind und wenn ihr nachher in der Brei-Phase seid, dann kann ich natürlich auch ganz langsam die Ballaststoffe mit dazunehmen. In der Eiweißphase nach OP würde man auch die Shakes, die selbstgemachten Shakes nutzen, die Gemüsesuppe nutzen. Wenn es in die Brei-Phase geht, würdet ihr ja dann den Gemüsebrei nehmen. Babygläschen fällt mir ein, ist auch immer noch eine Möglichkeit. Kartoffel, und das ist jetzt eine große Ausnahme, geht häufig nach OP sehr gut. Also Kartoffelbrei zum Beispiel mit Gemüsebrei. Ich würde immer gucken, um den Blutzuckeranstieg mit der Kartoffel nicht zu hoch zu kriegen, auch wenn es nur kleine Portionen sind, weil wir uns sehr gerne daran gewöhnen. Lieber mehr Gemüse und vielleicht eine halbe Kartoffel dazu. Könnt ihr auch mit der Gabel klein machen. Und dann kann man sozusagen den Gemüsebrei mit ein bisschen Kartoffel essen. Tomaten-Gemüsesaft aus dem Handel wäre noch eine Möglichkeit. Ist immer gut für die Verdauung. Da weise ich nochmal auf den Podcast und das Video mit der Verstopfung hin. Da habt ihr auch nochmal diesen Tomaten-Gemüsesaft und den Vorteil, den man dann nutzen kann. Weil die Eiweißpulver ganz häufig Verstopfung machen. Dann könnt ihr euch nochmal die anderen Podcasts anhören, beziehungsweise das Video anschauen. Und dann kriegt ihr da auch nochmal ein paar Beispiele. Beim Ei ist es so, dass ihr gut Rührei oder ein weichgekochtes Ei nutzen könnt. Oder Spiegelei wird häufig auch nach OP besser vertragen. Gekochtes Ei ist häufig schwierig, weil dieses gekochte Ei einfach eine feste Eiweißstruktur hat. Und bei einigen schwer verdaulich im Magen liegt, deswegen da tatsächlich eher so Rührei nehmen. Avocado wäre noch eine Möglichkeit. Gesunde Fette. Müssen wir gerade selber ein bisschen gucken hier. Sowas wie Milchsuppen und Grießbrei und so würde ich etwas reduziert verwenden. Weil die einfach oder möglichst gar nicht, weil das zu den Kohlenhydraten gehörte. Grieß lässt schneller den Blutzucker ansteigen. Aber bedingt mal mit einem Schuss Quark dazu und mehr Eiweiß noch mit drin. Kann man das natürlich mal als Abwechslung nutzen, aber vorsichtig. Ich weiß, dass die Kliniken schnell mal in die Milchsuppen gehen. Das ist auch irgendwie so ein Standard von früher. Naturjoghurt, Kefir, Buttermilch. Das ist eine schöne Eiweißquelle. Wenn ihr Molke bekommt und das mögt, kann man das auch nutzen. Die Fettstufen bei den Milchprodukten können tatsächlich auch höher sein, weil es auch da neue Studien gibt, dass höhere Fettstufe gerne gegessen wird. Also Sahnequark, 3,5%igen Naturjoghurt. Und wenn wir eine höhere Fettstufe haben, aber trotzdem die Milchprodukte essen, haben wir den Vorteil, dass ihr als Patient einfach die Eiweißquelle bekommt. Von daher sagen die neuen Studien, ich kann es auch aus der Praxis nur sagen, klappt super. Also gerne mit einbauen. Sahnequark, 20, 40%igen griechischen Joghurt. Dann habt ihr sozusagen Milchprodukte, die euch gutes Eiweiß liefern. Und dann kommt man auch gut durch diese Eiweißphase. Letzter Tipp bei den Shakes, egal ob Pulver oder selbstgemacht, immer ein Esslöffel Öl mit rein auf ungefähr 200 bis 300 Milliliter. Das hat den Hintergrund, dass ihr die wichtigen Vitamine schon bekommt, die auch wichtig sind für den Körperfettabbau. Und das gesunde Fett hilft immer, dass der Körper schneller das Fett, was weg soll, abbaut. Cholesterinwerte reduziert und das Öl hat immer eine entzündungshemmende Wirkung, wenn ich zum Beispiel auch operiert wurde und Wunden habe. Ja, kleine Gefäße und kleine Schälchen helfen immer. Auch Trinkgefäße mit einem kleinen Verschluss, Strohhalm, dünnerer geht natürlich auch immer gut. So kann ich auch speisen, wenn ich das nicht mit einem Löffel essen will. Auch vorsichtig schluckweise zum Beispiel über den Tag verteilt, gerade nach OP trinken, wenn ihr ja damit erst auch mal angefangen habt. Jo, ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Ihr habt ein paar Informationen zur Eiweißflüssigphase und Breikost bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, Kommentare, meldet euch gerne, schreibt gerne. Ja, lasst mir ein Abo da. Ich freue mich über ein Like oder Rückmeldung von euch. Ansonsten findet ihr mich ja noch auf Insta, TikTok, ich muss immer selber überlegen, Soundcloud mit den Podcasts und weiteren Informationen. Schaut einfach mal euch das alles an. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Liebe Grüße zu euch. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra Rose Fröhlich. Tschüss.